So, hallo meine Lieben, ja, es ist jetzt Zeit für Bauchspezial und Stretch. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, euch mal eine Botschaft zu schicken und die Botschaft heißt mitmachen und zwar unsere Stunde, die wir sonst so haben, heute mal in etwas anderer Form. Ja, wir starten auf jeden Fall wie immer mit einem kleinen Aufwärmprogramm, dann geht es über in die Krafteinheit, wo ist der Bauch? Und am Schluss gibt es wieder ein Stretching. Für das Stretching brauchen wir auch heute den Yoga-Gurt, also wenn ihr den nicht habt, ich habe es ja angekündigt, dann auf jeden Fall nochmal schnell holen oder gegebenenfalls dann auf eine Alternative wie roten Gürtel oder irgendwie sowas, das schon mal parat machen. So, wir starten, ich mache ein bisschen Musik für den Hintergrund, damit wir ein bisschen Rhythmus haben. Hau einen Blick. Ihr könnt schon mal die Beine ein bisschen ausschütteln. So. Ah, jetzt hat es. Die Technik, das muss aber erst mal ein bisschen kommen. Ah, wir strecken uns erst mal ein bisschen. Ah, auseinander. Noch mal ein. Ausatmen. Macht euch bereit. Ja, gut. Nochmal einatmen. Ausatmen. Und Schulterkreisen. Schulterkreisen. Ah, die Knie schon mal so ein bisschen mitnehmen. Die Füße ein bisschen rollen. Ach, große Schulterkreisen. Arme ausschütteln. Handgelenke locker machen. Super. Und dann marschieren wir mal ein bisschen aktiver. Auf der Matte. Arme dazu. Und... Ja. So richtig ein bisschen, ja, habt ihr eure Matte hier in die Matte reinarbeiten. Versuchen aber weich zu sein. Schön abrollen. Gut. Wir öffnen die Beine mal so ein bisschen. Bein gehen. Ja, jetzt heben wir die Knie aus. Ein bisschen mehr an. Und wieder ein bisschen in die Mitte rein. Nochmal einatmen. Und strecken die Arme. Ja. Nochmal nach außen. Weiter gehen. Armbewegung mitnehmen. Ganz weich über die Füße abrollen. Noch vier. Weiter gehen. Drei. Drei. Zwei. Bein sind gebeugt. Ne? Achtung. Ja, Achtung. Ein. Bleib mit dem Bein. Da. Fußspitzen. Zeit nach außen. Nochmal einatmen. Und aus. Achtung. Wir gehen von der einen Seite zur anderen. Ja. Ja. Zeit und Zeit. Gut. Schön mit den Beinen jetzt mitfedern. Arme durchschwingen. Ja, die Arme müssen heute auch noch ein bisschen was machen. Gut. Deswegen hier schön aktiv mitarbeiten. Flitzebogen. Ein Arm lang. Ein Ellenbogen zieht. In die Seite rein. Gut. Immer ein bisschen Lage wechseln. Einmal hinten anziehen. Ein sogenannter Leg Curb. Gut. Gut. Die Arme schwingen nochmal locker. Gehen in den Bizeps Curl. Alles ein bisschen hier. Anspannen. Finger kräftig zusammen. Komm. Prima. Die Vier. Die Drei. Die Zwei. Wow. Und dann nochmal rauslockern. Eine Viertelumdrehung. So bis die Fußspitzen. Jetzt in eine Richtung zahlen. Die Arme schön weit mit nach oben strecken. Rumpf schon mal ein bisschen mitarbeiten lassen. Gut. Drei. Zwei. Zurück in die Mitte. Beine bäumen. Beine bäumen. Beine bäumen. Ihr seid in einer großen Öffnung. Knie gehen nach außen. Zu euren Füßen. Fußspitzen. Locker. Locker, locker. Gut. Achtung. Wir drehen in die andere Seite. Und werden wieder lang. Hopp. Ganz weit nach oben. Strecken. Jawohl. Hinten die Fußspitze ruhig mal aufkippen lassen. Letzte. Vier. Drei. Zwei. Eine noch. Hopp. Und in die Mitte zurück. Beine bleiben in der Öffnung. Arme schwingen noch mal locker durch. Super. Achtung. Gehen ein. Becken bleibt. Oberkörper. Ein. Und aus. Gut. Und wir bleiben beim nächsten Mal. Auf der Seite. Jetzt. Und die Federn hier. Stütz mit dem anderen Arm ab. Und jetzt die Federn mal oben in die Decke. Sollen mit einer gewissen Grundspannung arbeiten. Ich nutze hier die Stütze nur ein bisschen. Ich spanne trotzdem die Bauchdeckung. Wow. Und ich ziehe. Vier. Drei. Zwei. Wow. Wegziehen. Hopp. Auch hier nochmal schauen, ob ich die Bewegung auch ohne Armhilfe machen kann. Das ist nur so ein bisschen zum Entspannen für den einen Arm. Der andere zieht unter die Decke. Federt über die Bauchebene. Ja. Let's go. Vier. Drei. Nochmal wechseln. Nur noch viermal. Vier. Drei. Zwei. Wechselt jetzt. Oh. Vier. Drei. Zwei. Nochmal wechseln. Vier. Drei. Zwei. Und die letzte. Hopp. Gut. Einmal kurz aufrichten. Nochmal kurz die Beine strecken. Achtung. Geht die Hand eben nach oben. Gehen wir jetzt mit der Hand nach unten. Aber einmal strecken. Einmal beugen. Arm geht zum Knie. Der andere Arm geht nach hinten. Und oben. Super Slow Motion. Erstmal schauen, ob wir auch weit genug auseinander stehen. Damit hier der Zug kommt und hier die Stabilität ist. Der Rumpf dreht zum Knie. Gehört. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Ja. Schönes Kniegelen hier mitbeugen. Rücken lang machen. Arm geht jetzt mit. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Ja. Der andere Arm geht nach hinten oben. Tief. Hoch. Tief. Gut. Die letzten. Vier. Hopp. Hoch. Drei. Zwei. Eine noch. Gut. Wir bleiben auf der anderen Seite. Hier. Gut. Achtung. In die Seite. Hoch. Und Ellbogen tief. Hoch. Ellbogen tief. Hoch. Die Spannung behalten. Hopp. Und Ende. Schieb. Tipp. Hoch. Tipp. Tief. Tipp. Hoch. Tipp. Tief. Tipp. Hoch. Die letzte. Vier. Drei. Zwei. Wow. Wechsel. Achtung. Wir fangen mal mit tief an. Tief. Tipp. Hoch. Tipp. Tief. Tipp. Hoch. Tipp. Tief. Tipp. Hoch. Auf. Tief. Ab. Spannung halten. Gut. Achtung. Die letzte. Vier. Oh. Drei. Oh. Zwei. Oh. Wow. Einmal auslockern die Beine. Beim Auslockern. Gehen wir schon mal gleich ein bisschen jetzt in die andere Richtung. In die Quere. Etwas enger zusammen. Und die Arme. Und die Arme. Ja, ihr kennt das, ne? In die Verbringung kam es das. Versucht erstmal ein bisschen Rückwust zu kriegen. Ihr könnt auch langsam, ne? Ich gucke ja heute nicht zu. Okay. So, jetzt bauen wir ein bisschen Spannung auf. Ihr seht das einmal im Oberkörper. Ich mache ein bisschen Fäuste. Halte schon mal die Spannung. Und dann jetzt unten auch Spannung in die Beine ran. Und. Gut. Jetzt bleiben wir mal auf einer Seite. Duft euch einfach eine aus. Und bleiben. Bauch, kräftig anspannen jetzt. Je schneller ihr arbeitet, je mehr müsst ihr mit der Bauchspannung arbeiten. Ihr steht auf einem Bein. Haltet durch. Vier. Draht. Und die Seite wechselt. So, jetzt aufgewickelt. BAM. Ihr Wohr. Vorkommen, ne? Ganz wichtig. Abbremsen die Bewegung. Oben auch, ne? Gut. Hier mit Bauchspannung. Vier noch. Noch drei. Zwei. Wow. Relax. Abschlafen. Gut. Nochmal tief einatmen. Und aus. Tief einatmen. Und aus. Wow. Bisschen auslockern. Die Arme nochmal ausschütteln. Beine ausschütteln. Und so, dann reicht uns das jetzt auch ein bisschen aufgewärmt. Sinnvoll jetzt gehen wir an die nächste Etage. Unsere Kraftübung. Dafür jetzt nochmal schon mal den Yoga-Gurt holen. Bis gleich. Es geht gleich weiter. So, haben wir einen kleinen Schnitt gemacht. Ihr seid etwas aufgewärmt. Und wir starten jetzt mit unserem Bauchtraining. Und für später und vielleicht auch als kleine Hilfe, haben wir heute ja den Yoga-Burt dabei. Ihr habt ein super Weihnachtsgeschenk gekriegt. Deswegen, den setzen wir heute mit ein. Gut. So, wir sind noch hier im Sitz. Aber nicht mehr lang. Wir gehen in den Seitstütz. Ich mache jetzt ohne Musik weiter, damit ihr mich besser versteht und auch hört, wie ich atme. Und schon außer Atem bin. Seitstütz. Wir gehen in den Unterarmstütz. Das heißt, schaut, dass der Ellenbogen unter eurem Schulterbrüttel ist. Und wir schieben unseren Oberschenkel so weit, dass wir in der Verlängerung vom Rumpf sind. Die Füße sind hinten abgewinkelt. Und wir kommen jetzt, das Becken zeigt, nach vorne. Kommen über die Ebene jetzt in die etwas höhere Etage. Jetzt haben wir seitlich einen Rumpfmuskel, der schon aktiv ist. So, wir halten uns hier und wir schauen, dass wir oben schön locker und entspannt sind im Bereich der Schulter. Und die Spannung hier in der Mitte spüren. Halten hier. Und wir gehen erstmal und machen eine kleine Beckenbewegung, die hoch und tief geht. Immer so weit, dass es euch gut geht in dieser Bewegung. Jawohl. Das können wir in unserem eigenen Rhythmus machen. Und immer darauf achten, immer hier die Spannung behalten, damit nicht die Spannung hier oben im Schultergelenk endet. Super. Noch mehr Bauchspannung halten. Wir bleiben in der mittleren Etage. Und wir öffnen jetzt noch mal hier das Bein und wieder schließen. Öffnen und schließen. Auf und zu, während wir die Spannung halten. Auf und zu. Vier. Oben bleiben. Drei. Zwei. Gut. Einmal kurz absetzen. Füße etwas zu dir anziehen. Nach oben in den Sitz kommen. Und die Seite, auf der du gerade gestützt hast, die gehen wir und legen wir über Kopf und machen eine schöne C-Kurve. Und da atmen wir jetzt mal zwei, dreimal tief ein und aus. Boah. Perfekt. Gut. Dann nochmal ein bisschen die Schultern kreisen auf der Seite, wo du gerade gestützt hast. Denn wir setzen noch einmal einen oben drauf. Komm nochmal zurück in den Stütz. Richte deine Beine wieder ein. Richte deinen Rumpf ein. Strecke die Wirbelsäule. Komme wieder mit dem Gesäß nach oben. Und wir hatten eben das Bein auch angewinkelt. Wir setzen jetzt das Bein in die Strecke. Und ihr könnt es am Boden unten absetzen. Den anderen Arm in die Verlängerung. Und jetzt machen wir eine C-Kurve nach unten. Und ausatmen, klappen wir oben zusammen. Ein und aus. Ein und aus. Ein und f. Ein und fino. Ein und drei. Ein und zwei. Eine letzte. Wow. Gut. Aus der Position direkt einmal in den Vierfüßlerstand kommen. Und gleich ein Katzenpuckel nach oben machen. Tief in die Rippen. Einatmen. Und einmal kurz durchhängen lassen. Und nochmal nach oben in den Katzenpuckelbecken mit nach vorne schieben. Perfekt. Gut. Dann setzen wir die Knie so weit nach hinten, dass ihr nach vorne die Arme noch ein bisschen auf eurer Matte verlängern könnt. Und ihr geht hinten mit den Becken tief Richtung Ferse und streckt die Arme vorne lang aus. Die Unterarme sind nicht am Boden, sondern komplett durchgestreckt. Die Ellenbogen auch kein Bodenkontakt. Die Fingerspitzen breiten sich aus. Ihr könnt sie leicht nach innen setzen, je nachdem, was du gerne trainieren möchtest. Wir starten jetzt mit dem Bauch, Rumpf, Rücken. Atme ein und komme mit der Ausatmung und einem festen, langen Rücken nach oben. Als erstes in den Stütz nach vorne. Einatmen bis zu hinten. Und ausatmen. Gut. Wenn du nach vorne gehst, lässt du das Becken bitte nicht sinken, sondern schön auf stabil halten. Dafür sorgt die Bauchdecke jetzt. Bauchdecke anspannen. Super. Nach hinten entspannen. Ausatmen. Und dann gehen wir vorne tief. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und vorne aus. Ein und aus. Sehr schön. Ihr achtet nochmal ganz speziell darauf, dass das Becken ein bisschen oben bleibt. Wer nicht so intensiv machen möchte, der lässt dann den Po ein bisschen weiter oben stehen. Aber sinkt nochmal mit der Nasenspitze zur Matte. So, das entscheidest du. Wir machen jetzt noch zusammen die letzten sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Alles anspannen. Und den letzten drücken wir nochmal aus den Armen raus. Kommt. Und. Relax. Ganz nach hinten. Einmal kurz die Handgelenke ausschütteln. Ah. Super. Ja, mir ist auf jeden Fall schon richtig warm. Prima. So, dann machen wir es folgendermaßen. Ihr wechselt einfach mit mir. Werft die Beine auf die andere Seite der Matte. Und wir kommen wieder in den Seitsitz. Von hier gehen wir wieder eine Etage nach unten. Unterarmstütz. Auch hier nochmal schauen, dass das alles gut ausgerichtet ist. Lasst euch ruhig etwas Zeit dafür. Das Becken nach vorne schieben. Die Unterschenkel in Verlängerung der Beine. Äh. Die Oberschenkel. Gerade Linie. Und wir kommen nach oben hoch. Halten hier. Erstmal schauen. Wieder die Kraft ist hier. Weit weg. Hier oben. Alles locker und entspannen. Und wir beginnen mit diesen kleinen Auf- und Abbewegungen, die in der Linie bleiben. Keine Krümmung in der Rückenebene, sondern schön aufrecht bleiben. Brust bleiben. Bleibt hier vorne. Und wir gehen auf und ab. Gut. Super. So, schön mit der Bauchspannung arbeiten. Nicht zu tief, sondern alles geführt machen. Geführte Bewegungen. Super. Und dann bleiben wir einmal in der Spannung. Und das Bein unten wieder anheben. Und absinken. Gut. Ausatmen. An. Aus. Und an. Puh. 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 Gut. Die letzten vier. Hopp. Drei. Gleich ist die Pause. Zwei. Und eine noch. Wow. Einmal die Beine anwinkeln. Über den Stütz nach oben kommen. Den Arm, mit dem wir stützt haben, über den Kopf einfach abhängen lassen. Und richtig in diese breite Öffnung, in die Dehnung jetzt, ein- und ausatmen. Sehr schön. Und eine letzte noch. Wow. Und dann kommen wir wieder zurück. Noch mal die Schulter auf der Ebene ein bisschen rund kreisen. super. Super. So. Zweite Etage. Noch einmal runter. Wieder in den Stütz kommen. Erstmal wieder einrichten und dein Becken nach oben. Stabilisieren und halten. Wunderbar. Super. Jetzt setzen wir das obere Bein in die Länge Richtung Boden. Den Arm über Kopf. Kleine Biegelinie. Einhalten und. Kommen wir oben zusammen. Mit Stabilität in der Mitte. Arm und Bein in die Bewegung bringen. Und noch vier. Aktiv. Drei. Zwei. Eine. Ich rutsche weg. Wow. Und dann kommen wir wieder nach oben. So. In den Vierfüßlerstand. Darüber eben auch schon mal nach oben raus und Katzenpucke. Einmal durch die Mitte durch. Wieder die Luft holen. Und nochmal in die Rundung rein. So. Zweite Runde. Arme nach vorne. Becken nach hinten etwas tief sinken lassen. Nicht ganz bis unten, sondern so, dass ihr gleich bei der Stütze eine gute Länge habt. Die Arme sind vorne schon wieder ausgestreckt. Die Stirn ist noch kurz auf der Matte. Einatmen. Und beim Ausatmen Bauchdecke einfahren. Beckenboden einspannen. Und wieder nach vorne erstmal in den Stütz kommen. Darauf achten, wo ich mein Becken stehen habe. Einatmen. Nach hinten. Und ausatmen. Nach vorne. So. Ihr könnt wieder hoch und tief gehen. Und wenn ihr merkt, das wird mir dann zu anstrengend, machst du einfach eine Stütze zwischendurch. Geh gar nicht tief mit den Armen. Jeder geht jetzt so mit, wie er gut kann. Und tief. Hoch. Super. Die letzten sechs. Einatmen. Fünf. Und vier. Und drei. Und zwei. Eine letzte noch. Kommt. Noch mal aus den Armen rausdrücken. Und gut gemacht. So. Rücken wir gleich ein bisschen mit den Füßen auf. Und noch mal die Hände auslockern. So. Ein bisschen schütteln. Ja. Wir haben heute, glaube ich, schon den wärmsten Tag des Jahres. Und ich habe alle Fenster zu. Türen. Wegen der Geräuschkulisse. Mir ist schon ein bisschen warm. Aber so soll es ja auch sein. So. Jetzt kommt noch mal der Gurt. Für diejenigen, die gleich eine Hilfe brauchen. Die nehmt ihr schon mal parat. Und wir brauchen eine Schlaufe. Die richtet ihr euch ein. Die ist hoffentlich schon eingerichtet. Ansonsten bastelt ihr die jetzt noch. Drückt kurz auf Stopp. Und dann macht ihr gleich einfach wieder weiter. Ich bewege mich jetzt schon mal in den Sitz. Die Füße nach vorne werfen. Und ihr kennt das. Bis vorne an die Matte ran. Damit wir gleich nach hinten noch ein bisschen Platz haben. So. Der Gurt als kleine Hilfe für diese Übung. Den können wir einmal unten um die Füße herum. Und dann um die Knie. Dafür müssten wir den Gurt ein bisschen erstmal blank machen. Und ihr schaut, dass ihr dann auch ungefähr die Entfernung von den Füßen habt, die wir sonst haben. Das heißt, die Füße sind nicht ganz schmal zusammen. Sondern sind ungefähr auf Becken-Ebene. So. Da, wo die Sitzbeinlöckerchen sind. Das heißt, der dritte Fuß hat auf jeden Fall noch Platz. Und die Knie, die ziehen jetzt ein bisschen nach außen. Und bringen so auch Spannung auf den Gurt drauf. So. Und die Spannung halten wir jetzt einfach konstant. Wir ziehen uns erstmal mit Hilfe der Hände nach oben. Den lachen gerade Rücken. Und atmen erstmal tief ein. Um uns noch ein bisschen mehr zu strecken. Und mit der Ausatmung Bauchdecke anspannen. Bauchnabel nach innen ziehen. Und schon mal sanft den unteren Rücken in eine Rundung bringen. Ausatmen. Einatmen. Arme heben. Ausatmen. Einatmen. So. Lassen wir jetzt ein bisschen die Wirbelsäulen mitarbeiten. Nach hinten in die Rundung. Haltet aber die Bauchspannung jetzt aktiv. Und natürlich auch, ihr könnt hier die Hilfe euch holen. Wenn ihr schön nach außen drückt, stabilisiert euch das auch so ein bisschen. Einatmen. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Gut. So, ihr Anfass kommt. Mit der nächsten Ausatmung rollen wir uns nach hinten ab. Mit der Einatmung unten bleiben. Und ausatmen. Wieder aufrollen. Abrollen. Einatmen. Und ausatmen. Super. Einatmen. Oben. Ausatmen. Abrollen. Wirbel für Wirbel am Boden. Einatmen. Arme über Kopf. Und ausatmen. Kommen wir wieder Wirbel für Wirbel nach oben. Wenn ihr jetzt schön Druck auf euren Gurt macht, hilft er euch jetzt sowohl beim Ablassen sanft nach unten zu rollen. Einatmen. Und auch beim Hochkommen hilft er euch vielleicht ein bisschen. Wer jetzt merkt, das ist noch nicht so dolle, unsere Hochkreuzkandidaten, die holen sich jetzt die Hilfe vielleicht über den Rest des Urtes, beim Hochkommen, dich ein bisschen nach oben zu ziehen und beim Unterkommen auch ein bisschen wieder festhalten. Ansonsten, die anderen machen noch eine Runde weiter. Aufrollen. Abrollen. Und dann bleiben wir unten. Einmal die Arme über Kopf. Ah, sehr schön. Richtig tief durchatmen. Und wir lösen uns dann auch einmal aus dem Gurt heraus. Legen ihn in greifbare Nähe auf die Seite. Brauchen wir vielleicht gleich nochmal, ne? Und holen jetzt mal tief Luft. Wer mag, auch mal die Beinchen ausstrecken. Und alle Füße gerade sein lassen. Für einen kleinen Augenblick. Bevor es wieder weiter geht. Und dann setzen wir die Füße nacheinander wieder an das Gesäß heran. Und wir holen dann mal die Arme. Die legen wir gleich an den Hinterkopf. Und die Ellenbogen weit ausbreiten. Wir starten als erstes heute in der geraden Sequenz. Aufsteigender Ast. Absteigender Ast. Der gerade Crunch. Nach oben auf. Einatmen. Und ausatmen. In der Kraft. Anstrengung. Ausatmen. Und ein. Ja, jetzt machen wir nur noch wirklich die halbe Bewegung von eben. Ist nicht weniger anstrengend. Hier ist auch mehr Oberbauch gefragt. Das spürt ihr gleich bei mehreren Wiederholungen. Dass hier auf jeden Fall eher in der oberen Region gearbeitet wird. Würde ich weiter aufrollen. Dann käme auch viel mehr der Hüftbeuger mit rein. Den wir jetzt aber nicht mehr haben wollen. Nur noch Oberbauch. Ausatmen. Und ein. Aus. Und ein. Und dann federn wir zweimal beim Ausatmen. Oben jetzt. Federn. Federn. Einer. Fuh. Fuh. Und federn. Federn. Wieder abrollen. Hoch. Federn. Federn. Und wieder abrollen. Noch viermal. Viermal. Abrollen. Drei. Zwei. Eine letzte. Und nochmal hoch. Super. Kurz den Kopf ablegen. Einmal die Arme kurz entspannt neben dir liegen lassen. Und wir setzen jetzt das linke Bein. Das nehmen wir zusammen nach oben hoch. Und bewegen wir schon mal langsam ganz eng an die Brust ran. Im besten Falle, wenn ich jetzt die Flexibilität habe, schaffe ich das so. Ansonsten hilft mein Standfuß jetzt noch, indem ihr nochmal ein bisschen den Fuß in den Boden drückt, sodass ihr auch mit fester Pobacke in so eine Aufrollposition kommt. Und hier bleiben wir noch einen kurzen Augenblick. Und hier bleiben wir noch einen kurzen Augenblick. Spüre nach, ob auch wirklich das Gesäß vom Boden gelöst ist. Du spürst jetzt aber auch Bauchspannung. Einmal ablegen. Das Bein bleibt in der angewinkelten Position und das verändert sich eigentlich auch nicht mehr. Das bleibt so und wir holen jetzt die ganze Bewegung aus dem Aufrollenmechanismus hier vom Becken. Das heißt, wo ich das Füßchen noch näher Richtung Gesäß stemmen und aufrollen und zurück nur bis in die Position. Achtet drauf, nicht ins Hochkreuz fallen. Immer auf die Mitte, Obacht gehen. Sehr schön. Das haben wir jetzt. Nehmen wir die Arme wieder mit an den Kopf und ihr Atem, was kommt. Wir rollen über die Schräge auf. Becken erst und dann kommt der Ellenbogen Richtung Knie. Nicht das Knie in die Seite reinziehen. Gerade Linie bleiben und Oberkörper dreht zu deinem Knie. Einatmen und einatmen. Einatmen und einatmen. Ja, und wie immer, das kennt ihr schon, hier oben die kleine Schrecksekunde. Und wer schafft, mit dem Ellenbogen ans Bein zu kommen, baut kurz Spannung auf. Also gegenseitig drücken. Das Bein gegen Ellenbogen, Ellenbogen gegen Bein. Gut. Die anderen, die jetzt nicht drankommen, die schlippen, die halten trotzdem die Spannung oben. Kein Problem. Ein und wieder aus. So, die letzten. Acht. Und sieben. Und sechs. Halten, nicht vergessen. Fünf. Halten. Vier. Drei. Puppe hoch. Zwei. Eine letzte. Relax. Kurz Bein absetzen. Arme einmal kurz wieder ausstrecken. Wenn ihr mögt, nochmal die Beine mit dazu. Und jetzt wieder in die Bauchdecke reinatmen. Ach, so, dass wir hier ein bisschen wieder Dehnung erfahren. Perfekt. Perfekt. Okay. So, die Arme kommen schon mal nach oben. Die Schultern könnt ihr nochmal ein bisschen ausklopfen an der Matte. Und dann die Beine zurückholen an das Gesäß. Wieder rechts und links. Perfekt. So, wir machen folgendes. Ihr nehmt die Beine nach oben in die Tabletop-Position und verschränkt eure Füße. Und hackt die Füße ein. Die Knie, die ziehen jetzt nach außen. Das heißt, ihr spürt hier an den Seiten auch Spannung. Ihr bleibt in dieser Päckchen-Position. Achtung, wieder aufpassen. Lieber eher den unteren Rücken in die Matte als zu weit weg. So, Arme kommen beide hinten an den Kopf dran. Und jetzt führen wir beide Positionen. Einatmen, ausatmen, Ellenbogen an die Knie oder in die Richtung. Und dann, wenn wir Glück haben, kriegen wir auch unten das Becken nochmal kurz mit nach oben. Wenn nicht, dann lasst das Becken einfach in der Position und schaut, dass ihr den Ellenbogen ganz weit wirklich auch in die Richtung mitziehen. Das ist okay. Sehr schön. Einatmen. Oder der mit dem erhöhten, ach, da haben wir den Unterpauch ganz verstärkt mit drin. Das ist ja auch eine Problemzone. Der ist ja auch nicht so kräftig. So, dann machen wir noch zusammen die letzten. Fünf, vier, drei, zwei, eine letzte. Nochmal mit Po hoch. Kommt, hopp und relax. Füßchen wieder absitzen. Ich hoffe, ihr spürt auch den Bauch auch schon ein bisschen. Nochmal zum Auslockern. Ruhig einatmen, Arm über Kopf nehmen, tief in die Bauchdecke atmen, dass sich der Bauch ein bisschen auseinanderziehen kann. Und dann kommen wir wieder in die Ausgangsposition. Wir müssen noch das andere Bein nach oben holen. Jetzt nur noch die einseitige Arbeit. Hier hilft durch jetzt das Standbein unten. Das kann aktiv mit eingesetzt werden, sodass ihr auch wirklich schafft, aufzurollen. Wir machen das erstmal wieder ohne den Kopf. So, Helm. Gebe dir Mühe. Zieh die Bauchdecke ein. Möchtest du dich wirklich, so wie eine Lakritzschnecke, aufrollen? Aus dem Unterteil vom Steißbein beginnend. Atme aus, damit du Platz hast für deine Rollenmechanismus. Gut. Jetzt kommen wieder die Arme mit hinten an den Kopf. Und wir verbinden wieder die Quere. Ellenbogen an das Bein mit der Aufrollenbewegung. Und oben wieder die Bremse machen. Heute haben wir ja keine Musik. Das ist ganz gut. Gut. Da können wir einfach mal schön halten, ohne uns eigentlich nur Rhythmus halten zu müssen. Ihr arbeitet heute mit eurem Atemrhythmus. Wenn ich zu schnell bin, auch nicht schlimm. Hauptsache, wir bewegen uns auf jeden Fall gemeinsam. Und wir machen die letzten acht. Einatmen. Aus. Sechs. Noch fünf. Hohe mit aufrollen. Die letzten vier. Ellenbogen, Bein, Spannung auflegen. Drei. Zwei. Und jetzt könnt ihr euch nochmal ausstrecken. Richtig schön lang werden. Während ihr euch noch streckt und schon mal ganz grob euren Gurt ein bisschen näher holt, mache ich noch etwas Musik für den Hintergrund. Ach, denn wir sind schon jetzt langsam so weit, dass wir ins Stretch kommen können. Ach, die war eben ausgenommen, ne? Ach, diese Technik, das ist Wahnsinn, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Aber. Funktioniert. Funktioniert. So, ihr habt euren Gurt. Die Schlaufe ist noch da von eben. Und ihr setzt einen Fuß ganz entspannt in den Gurt rein. Und dann zieht jetzt den Gurt ziemlich weit nach vorne in das Vorne-Quer-Gewölbe. Und dann bestimmt ihr selbst, wie weit ihr euer Bein in der Streckung noch mal drauf achten, ne? Das gilt nicht. Gerade Linie. So, bis erstmal Wohlfühlschmerz kommt. Das zweite Bein ist noch aufgestellt am Boden. Und dann arbeitet ihr euch langsam eine Etage weiter in den Zug noch mal drauf achten, dass das Bein gestrecken bleibt. Einmal lösen, nach unten raus und wieder ein bisschen zu dir hin. Noch mal lösen. Hängen lasst das Bein, wirklich hängen lasst in der Schlaufe. Und ihr tragt jetzt mit den Händen auch nach vorne, haltet ihr fest. Das Bein hängt ganz locker und entspannt und wird wieder nach vorne zurück. Und noch einmal über den Kopf irgendwo an der Position halten. Bei dem einen ist es weiter, bei dem anderen weniger weiter. Wichtig ist, dass ihr den Zug in der Bein-Rückseite durch die Kniekehle verstärkt spürt. So, dann lösen wir einmal die Spannung. Den Gurt in die Mitte des Fußes schieben. Und dann haben wir jetzt den ganzen Gurt, den Legbein mal quer. Ihr haltet mit den Händen fest. Wichtig ist, das Bein, das kann jetzt schwer werden. Und in die Seite langsam ablassen. Achtet auf euer Standbein, das bleibt auf Position. Und hier halte ich jetzt wirklich mit beiden Händen mein schweres Beinchen fest. So, dass ich dann mein Bein entspannen kann und auf der inneren Beinseite den Zug bekommen kann. Ab und hoch. An den Knie, ne? So, langsam immer ein bisschen weiter. Und mal auf das Standbein achten, das Becken kippt nicht mit. Und dann lassen wir ganz sanft den Fuß voll rumziehen, flach über den Boden. Ihr haltet immer noch aktiv und zieht das Bein wieder zu euch. Zurück in die Mitte, in die seitliche Hündung. Ablassen, Beckenbleiben am Boden, Po-Bakten beide am Boden. Locker lassen, nicht anspannen. Und nochmal unten rumziehen. Zurück unter die Decke. Und hier holen wir jetzt das zweite Bein. Wir wechseln. Jetzt das Bein, mit dem wir gerade gearbeitet haben, hinter Becken ab. Und wir halten den Kult wieder vorne, mehr auf dem vorderen Fuß. Nicht im Fußgörbe, sondern im Quergörbe. Erst die Streckung. Das reicht schon hier vorne irgendwo. Wow, das zieht auch schon dadurch, dass ich vorne am Fuß arbeite. Lass die Spannung raus, halte mit den Händen fest. Dann ziehst du noch ein kleines Stückchen an, bis du spürst, du kommst wieder in Wohlfühlschmerz. Es reißt aber nicht, sondern es zieht. Und lege deine Schwerpunkte auf. Loslassen. Nicht mit den Händen, aber mit dem Muskel in den Baden. Kniegelenk ist durchgestreckt. So, noch einmal. Ganz weit nach oben. Zurück in die Mitte. Ein letztes Mal in die Seite rein. Habe tief halten mit den Händen. Und über die Obenhebung zurück. Nach vorn, oben. Oben das Bein beugen. Und dann lassen wir uns über das Gebäude mal nach oben langsam aufziehen. Aufziehen. Oben im Sitz angekommen, haben wir den Gurt auf etwas Entfernung. Und wir lassen nochmal, Achtung, die Fußspitzen. Gerade so den Gurt am Oberfuß. Den Rücken lang und gerad machen. Das heißt, wir ziehen uns hier am Gurt. Aktiv noch mal lange Sitz an den Baden. Die Fuß noch einmal mehr anflexen. Das heißt, die Ferse vielleicht vom Boden und noch weiter vom Boden weg. Einmal entspannen. Alles ein bisschen lang machen. Rot den Rücken lang die Bahn. Noch einmal nach oben kommen. Aufziehen. Wirklich schön aktiv am Gurt ziehen. Dich nach vorne schieben. Mit der Brustwirbelsäule durcharbeiten. Langer Kopf. Schulterbette zusammen. Und nochmal nach hinten. Eine letzte. Rangposition nochmal. Zug auch auf die Füße und mann. Einer. Und noch ein bisschen wachsen. Und dann langsam aus dem Gurt heraus. Die Füße in einen Seitsitz kommen. Such dir eine bequeme Sitzposition aus. Und den Gurt machen wir jetzt auf eine große Entfernung. Also etwas größer als vielleicht vorhin. Sitz die Hände in den Gurt. Und streck die Arme. Erst mal unter die Decke auf. Ganz lang werden nochmal. Und in der Strecke lässt du jetzt die Arme nach hinten ziehen. Und wenn du merkst, der Gurt ist noch ein bisschen eng, dann mach ihn einfach etwas weiter, dass die Hände wirklich drinnen liegen können. Und hinten schiebt sich die Schulterbette. Und dann lassen wir jetzt zusammen. Atmen nochmal hier tief ein. Und einmal zum Entspannen. Den Arme nach vorne und den Rücken rund werden lassen. Becken kippen. Einatmen. Nach oben kommen. Arme angucken vorbei. Nach hinten ziehen lassen. Halten. So, jetzt spürt ihr Zug jetzt wie über die Brustheben. Und das ist ganz wichtig, hier wieder zu dehnen. Nochmal tief einatmen. Und nochmal rot werden. Arme nach vorne. Eine letzte Einatmung. Nur so hoch, dass die Arme rechts und links am Kopf sind. So, wir ziehen jetzt an dem Gurtende, wo unsere Füße sind. Den anderen Arm lassen wir uns spannend oben rennen. Und biegen uns sanft in die Ziehgruppe. Den kleinen Finger. Wir drücken jetzt gegen den Gurt. Atmen tief ein. Wow. Und einmal kurz. Die Arme neben dir absetzen. Einatmen und ausatmen. Nochmal über die Kumpfebene. Spannung halten. Leichten Druck mit dem Finger, also mit dem Außenriss der Hand, gegen dein Bein. Und festhalten, nicht vergessen. Einatmen in den Brust vor. Und schon ganz. Einmal kurz wieder rund werden. Dabei die Beine schon mal mit nach vorne nehmen. Einatmen in den Brust. Die Arme lösen. Ausatmen in den Brust. Und ausatmen. Stretch. Nach vorne. Einatmen. Arme hinten hoch. Unter der Decke entgleit. Nach vorne zu den Füßen. Ach, große Kreise. Noch einmal abtauchen. Perfekt. Und dann wieder zu den Brust. Die Füße jetzt mal auf die andere Seite. Oder für dich einen anderen bequemen Sitz finden, wo du ein bisschen länger in der Sitz bleiben kannst. Wohne heran. Gut. Und Achtung. Noch mal die Hände nach oben. Diesmal nach hinten. Und etwas tiefer. Löffel dir über die Ellenbogen beugen. Jetzt. Und wir lassen die Hände nach außen ziehen. Rechts und links. Schulterblätter zusammen. Einatmen. Und noch mal entspannen. Die Arme heben. Nach vorne holen. Das Becken ein bisschen kicken. Einatmen. Wieder hochkommen. Und tief sinken. Lass die Ellenbogen rechts und links. Das Becken. Ja. Wir spüren schon ein bisschen Zittern. Wie es ist. Schulterblätter zusammen. Und leicht gut. Legen dein Bein. Noch mal tief ein- und ausatmen. Einen letzten Atem dazu. Wieder die Arme nach oben lösen. Und nach vorne ablegen. Und während dem rücklichen Becken einmal kurz entspannen. Einatmen. Einatmen. Und letztes Mal. Nur noch mit dem Ohr eben. Ausatmen. In die Seite rein. So. Hier bin ich wieder auf Spannung. Und jetzt die kleinen Finger, die Handkante geben. Das ganze Zehen lassen. Und die Spannung. Einatmen in die Rücken. Einmal auflösen. Ab. Auf der anderen Seite. Und noch mal einatmen. Die Arme mitnehmen. An die Kopfebene. Über die Seite. Spannung. Halb. Arme nicht nach vorne kommen. Das ist wichtig. Aufrecht in der Brustwirbelzäulein. Nicht einbrechen. Und das ist anstrengend. Ich weiß. Einen letzten Atem zu kommen. Und dann nochmal mit der Seite runter zu kommen. Wunderschön. Passend dazu. Die Musik jetzt auch fast auf, wollte ich sagen. Einmal in der Position sein. Sehr schön. Wir setzen gleich die Beine noch mit dran, sodass ihr im Vierfüßlerstand gelandet seid. Euer Benzler ein bisschen zur Seite legen. Und hier im Vierfüßlerstand nochmal an den Rücken richtig rund werden lasst. Und dann mal so ein bisschen recken und strecken die Schulter in die verschiedenen Ebenen. Einfach reinschieben. Den Brustkorb mal ein bisschen zur Seite. Mal nach unten, nach oben. Wunderbar. Dann setzt ihr einmal die Fersen hinten auf. Und lösen die Hände auch vom Boden. Nochmal kurz ausschütteln. Gut. So. Dann kommen wir jetzt über diese Position nach oben. Ich verabschiede mich schon mal. Und ihr habt hoffentlich auch ein bisschen Spaß gehabt. Und wenn es euch gefällt, vielleicht. Ich hoffe, dass wir uns eigentlich bald schnell wiedersehen. Aber wenn nicht, wäre das vielleicht auch noch eine Lösung, in Zukunft die ein oder andere Stunde gemeinsam zu machen. Ihr mit mir vielleicht im Wohnzimmer, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Schön, dass ihr dabei wart. Und alles Gute. Bleibt gesund. Und hoffentlich bis bald. Tschüss.